Was für eine Show verspricht das zu werden? Kurt Weil und seine Broadway-Operette The Firebrand of Florence. Ein Beitrag von Jürgen Hartmann für die Staatsoperette Dresden. Die Ausschnitte aus The Firebrand of Florence entstammen der Einspielung des Werks mit dem BBC Symphony Orchestra unter der Leitung von Andrew Davis. Cellini, Rodney Guilfrey, Angela, Laurie Ann Fuller, Herzog, George Dvorsky. Die Musiknummern aus der Drei-Groschen-Oper und Oklahoma sangen Lotte Lenya und Alfred Drake in historischen Aufnahmen. Die Briefe von Lotte Lenya und Kurt Weil wurden gelesen von Ingeborg Schöpf und Brian Rothfuss. Ton Thorsten Heider. Die deutschsprachige Erstaufführung des Firebrand of Florence an der Staatsoperette Dresden findet am 18. Oktober 2013 statt. Die Musiknummern aus der Drei-Groschen-Operette Dresden Drei-Groschen-Operette Dresden Drei-Groschen-Operette Dresden